Das ist verzweigt hier. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier meinen Kurs entsetze? Wo lang fliegen wir denn? Hier rüber kommen wir. Gut, dann hätte ich gern einen Weg hier hin. Das sind weniger Sprünge. Die gestrichen Linien zeigen wir an, wo ich schon mal war. Das ist sehr schön. Gut, dann haben wir unseren Kurs. Das Schiff ist auch ausgewählt. Der Erzfrachtraum ist leer. Da habe ich nur Munition. Das ist soweit in Ordnung. Dann docken wir ab. Und holen erstmal Erz. Viel Erz. Jetzt habe ich nur Warpen gedrückt wahrscheinlich. Ich bin aufs S abgerutscht. Ich bin aufs S abgerutscht. Das ist der Glühre. Ich bin aufs S abgerutscht. Das ist jetzt geschehen. Ich bin aufs S abgerutscht. Ich hoffe ich werde relativ schnell finde ich, nicht dass es wieder stundenlang dauert. Hey du, da war ein Cargo-Container von irgendwas. Hallo Kitty, spring mal zurück. Das war's für mich. Der wird sowieso gesucht. Die persönliche Waffen, die sowohl zur Kriegsführung als auch dem persönlichen Schutz zur Verwendung finden. Was seid ihr so wert? Wieso kann ich nicht erbeuten? Ach Mensch, das ist doch schade. Na, mach los hier, springe. Ja, mach los hier. Da ist nichts mit anstehen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann klappern wir hier gleich die Felder ab. 9 Millionen Kilometer. Da springen wir nur ganz kurz. Proxius. So, wie hieß das Zeug, was wir brauchten? JAS-Pad brauchten wir. JAS-Pad brauchten wir. So, wie hieß das Zeug, was wir wollen. Ich bin schon sehr. Zack, zack, zack. Rollstuh-Face. Das heißt, ihr habt es, die Waffen zack. Wie hieß das. Fass im Mund. Wie hieß das. Schneier ist das. Wer den St. Ler ist ein Leite in よm großer Geist. ão schade. Der böse Infiltrator hatte mich schon das Korn genannt. Ich höre Rocks aus, Plagioclase, Plagioclase, Entschuldigung. Ich höre Rocks aus, Plagioclase, Entschuldigung. Das gibt es doch nicht. Ich höre Rocks aus, Plagioclase. Ich höre Rocks aus, Plagioclase, Entschuldigung. Das sind jetzt nicht allzu nett. Ich höre Rocks aus, Plagioclase. Wenn da nichts ist, dann reise ich dann dahin. Gut. Auch nichts. Dann auf zum nächsten. Das System hat eine niedrige Sicherheitsstufe von 0,4. Das ist extrem gefährlich und die Polizeikräfte von Concorde können ihre Sicherheit nicht garantieren. Möchten sie fortfahren? Ich muss... Ich bin ja auch hier 0,6. Kann ich ja nicht finden. Die Kubine. Ich habe gleich mal das nächste eingeloggt. Das machen wir schön groß. Die sind alle noch ein paar Kilometer weit weg. Aber... Hier haben wir Kernit mit drin, aber nichts, was wir hier brauchen. Ein Zerstörer. Genau. Hier sind gleich zwei Zerstörer. Noch besser. 20 Kilometer noch. Kernit. Das liegt daran, dass die... Leute hier. Das wahrscheinlich schon... Isogen. Braucht ich nicht auch noch Isogen? Logbuch. Angebot. Sogen. Aber ich brauche... Aber ich brauche... breakere Zerstörern. Aber ich brauche mich nicht. Aber ich brauche mich nicht. Also... In der neuen Fälle drei... Da ist niemand. Das ist ein Datentrainer. Nicht das, was ich suche. Kein Jasper. Da wollte mich wer als Ziel aufschalten. Auch nicht das, was ich suche. Ich habe das Gefühl, das kann hier wieder länger dauern. Und dann noch zum Letzten. Keine Gegner. Das ist sehr gut, weil ich muss mir einen neuen Platz suchen. Das ist sehr gut. So, tief, tief in den Weiten und Signalfeuer, okay. Jaspett, was brauchen wir von Jaspett Asteroiden, nicht Jasper, Jaspett. Na, aber holler die Waldfee. Wir fangen oben an. Was bist du denn? Nicht das, was ich suche. Schlagschiff. Klar, kein Problem. Karnit. Och, Leute. Die 127. Woche hat begonnen. Wenn ich das gerade richtig mitgekriegt habe. In Eve. Ach nein, diese Woche Hashtag 127. Karnit, Flagekugel, ist das nicht das, was ich suche. Was ist 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 das, was ich suche. Alles nicht das, was ich suche. Was ist 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 das, was ich suche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also man findet immer wieder Asteroidenfelder, wo nichts los ist Die haben aber auch meine Ressourcen nicht 1-3-Aktiv 2-3-Aktiv 2-3-Aktiv Die Appetit Eigentlich brauche ich ja hier auch gar nicht zu gehen, weil wir sind böse Menschen. Und ich als kleines Bergbohrschiff gegen den Zerstörer, ich glaube nicht. Ja, kein Nid, kein Nid brauche ich aber nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich habe das dümpfe Gefühl, ich bin hier in der völlig falschen Region. Ich glaube nicht. 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 Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Erstmal einkaufen gehen, während der hier fleißig dorthin fliegt und sucht. Suchen tut er nicht alleine, aber hinfliegen auf jeden Fall, das dauert eine ganze Weile. Bis dahin kriege ich meinen Einkauf durch und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffentlich, wenn ich das alles gefunden habe, was ich brauche. Ich wollte euch jetzt damit nicht langweilen, weil das geht doch schon ganz schön auf die Substanz hier. Wenn man dabei zuschauen muss, wie ich hier rumfliege und irgendwelche sinnlosen Ressourcen zusammensammle. Deswegen, bei Annäherung kann man hier nochmal den Booster reindrücken. Das ist schön. Aber ich glaube nicht, dass der anbleibt. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif. Ein Däumchen wäre ein Däumchen. Genau. Ein Abo könnt ihr mir auch gerne da lassen, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt oder informiert bleiben möchtet. Ansonsten sage ich ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.